Die letzten Toren haben schon weggefickt. Aber dieses Mal Bühnenbild ist richtig fästig. Jaaaaaaaaaaa... Bühnenbild! Deine beste Tour bis jetzt? Du hast ja einige schon durch. Beste Tour! Ja, beste Tour ever. Kein Mensch hat hier eine bessere Tour gespielt. Und auch sonst keiner. Auch kein Tier, kein Mensch, kein Person... Einer außerirdischen. Gar keiner. Das ist ein cooles... Hast du dein Stage-Game dann ein bisschen höher gestimpt jetzt auf jeden Fall? Ich hab mich auch selber, ohne mich jetzt selber hoch so krass umzuloben, gesteigert so. Du bleibst letztes Jahr. Massiv gesteigert, bester Mann, Ehrenmann-Steigerung, Ehrenmann-Steigerung! Immer weiter alle! Ja! Ja! Ja, wer hält die Hälfte durch? Koffer! Stein, Stein, Stein! Ey, was ist denn so von allen Touren? Uka, 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 Stein, Stein! Corey, wann spielst du denn die Tour? Tour, Tour! Ich gehe nächsten Winter auf die Tour, auf die Darkness-Tour! Jaaaa! Alter, wie geil! Hammer, Alter! Verdammte Scheiße, da wird eigentlich bis zum Schleiter Schädel gewendet, gespalten! Der Faller geht auf die Darkness-Tour! Axt, 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 Axt! Da kommen so richtig krasse Sachen, der will auf jeden Fall so einen Kaninchen-Kopf abbeißen werden. Ja, ich rate das nicht, was er abbeißt. Jetzt muss er sich steigern. Jetzt erwarten die Leute Kaninchen, jetzt muss er sich steigern. Alligator, einem Alligator, einem Alligator muss ein Sego an oder sowas da. Nein, nein, das muss irgendwas Süßes sein. Und wie Osborne, hat der eine Fledermaus so? Scheiß Kopf abgebissen vom Vater! Jaaaa! Ein Panda-Baby! Blut, Blut, Blut! Blut, Blut, Blut! Blut, Blut! Wie viele Stunden hast du heute geschlafen? Gar nicht. Null. 24 Stunden wach, ich schwör's euch, Alter. Sein, der richtiger Löwe seit 24 Stunden wach, zwei Shows gemacht, ohne Schlaf, inzwischen noch gearbeitet. Jaaaa! Und um 10 Uhr morgens pumpen gegangen, Alter, ohne Schlaf! Au! Sollen wir nicht abschließen? Lang genug, oder? Schlüssel dabei? Was? Schlüssel dabei? Nein! Das ist ein bisschen dabei! Der Vater schreibt mich immer von der Seite an, wenn es euch Griechen anschaut. Und zu Recht muss man sagen! Ja, zu Recht! Auf jeden Fall! Checkt die Dates, holt euch Tickets, kommt vorbei, gebt euer Demo ab, ja? Einmalige Chance! Und wenn keine Resonanz kommt, dann schmollt nicht rum wie kleine Fotzen, dann ist es nicht gut genug. Jaaaa! Jaaaa! Wir machen hier keine Kuschelpartie und sagen, ja, das ist aber cool, da bringen wir es mal raus. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße! Und dann wären wir die letzten Mixer, wenn wir sagen würden, ja, mach mal weiter. Dann mach was anderes! Dann such andere Talente! Ja, ist ja so! Sonst verschwinde ist ja deine Zeit! Da musst du auch mit leben können! Wenn du scheiße rappst, aber trotzdem rappen willst, lass es sein! Ja! Üben zwei, drei Jahre, wenn es nichts wird und wir sagen, das ist nichts, dann lass die scheiße sein! Ja, aber der Rapper schmollt nicht wie eine Fotze da rum, dann bin ich die Schweine! Oha, Bruder! Die Schicht! Fuck! Jetzt müsst ihr euch filmen! Die Kohle, die brennt sich ein, Alter! Von woher! Woher! Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja, ich bin.